Lassen Sie uns erstmal zu ganz normalen Lappen kommen, meine Damen und Herren. Andi Borg muss beim Stadel gehen. Der Musikantenstadel muss jünger werden. Die Sendung soll jetzt auch umbenannt werden von Musikantenstadel in Hashtag Musikantenstadel. Und drei Moderatoren stehen jetzt, glaube ich, zur Auswahl. Crow, Kollegah und MC Fitty. Ist aber noch nicht klar, wer es wird. Das ist, muss man sich ja vorstellen, ein junger Moderator für den Musikantenstall, das ist ja ungefähr so, als wenn man jemanden, der an der Herz-Lungen-Maschine hängt, einen Basecap aufsetzt zum Beispiel. Die Frage ist jetzt, was wird aus Andi Borg? Wir haben 100 Leute gefragt und Top-Antwort war, egal. Dann hier, haben Sie diese Schlagzeile gelesen? Helene Fischer als Belohnung, wenn der SC Paderborn nicht absteigt. Wenn der SC Paderborn nicht absteigt, dann soll dort Helene Fischer als Belohnung singen. Wenn Paderborn aber absteigt, kommt Andrea Berg. Ich glaube, um Helene Fischer zu bezahlen, müssen Sie ja mindestens fünf oder sechs Spieler verkaufen bei Paderborn, oder? Sonst können die das doch gar nicht bezahlen.